In diesem Video werden die Eigenschaften von Resistor-Capasitor-Gliedern oder kurz RC-Gliedern untersucht. Das einfachste RC-Glied besteht aus einer Serienschaltung eines einzelnen Kondensators und eines Widerstands. Hier sind drei serielle RC-Glieder parallel geschaltet, um somit die Eigenschaften verschiedener Bauteile in einem Durchgang beobachten zu können. Der linke Zweig besteht aus einem 16kOhm Widerstand und einem 470uF Kondensator, der mittlere aus einem 33kOhm Widerstand und einem 470uF Kondensator und der rechte aus einem 16kOhm Widerstand und einem 1800uF Kondensator. Zu Beginn sind alle drei Kondensatoren entladen, womit fast kein Spannungsabfall gemessen werden kann. Wird der Stromkreis durch anschließen an ein 5V Computernetzteil geschlossen, so werden nun die Kondensatoren geladen. Der Maximalstrom durch einen einzelnen Widerstand-Kondensatorkreis wird durch den Gesamtwiderstand des jeweiligen Stromkreises begrenzt, während der Spannungsabfall an den Kondensatoren von der angesammelten Ladung in dem jeweiligen Bauteil in Relation zu seiner Kapazität bestimmt wird. Folglich gilt, je höher der Widerstand bzw. die Kapazität des Stromkreises, umso niedriger ist der Spannungsabfall am Kondensator nach einer festen Zeitspanne. Die größte Änderungsrate kann zu Beginn der Messung beobachtet werden, während die Spannung nach einiger Zeit nur noch leicht ansteigt. Alle drei Kurven streben der konstanten Eingangsspannung entgegen. Wie verläuft die Spannung am Widerstand? Die Spannung ist zu Beginn des Ladevorgangs maximal und fällt anschließend exponentiell gegen Null. Im Gegensatz zum Kondensator steigt die Spannung am Widerstand nach einer festen Zeitspanne mit zunehmender Kapazität bzw. mit zunehmendem Widerstand des Stromkreises. Bei gleicher Kapazität und gleicher Eingangsspannung speichert ein Kondensator in einem RC-Glied die gleiche Ladung, jedoch wird bei einem höheren Widerstand mehr Zeit benötigt, bis diese in das Bauteil geströmt ist. Den gleichen Effekt hat die Erhöhung der Kapazität, jetzt fließt eine höhere Gesamtladung bei ansonsten gleichen Bedingungen in den Kondensator. Bei einem Ohmschen Widerstand ist der Spannungsabfall proportional zum durch das Bauteil fließenden Strom. Der Ladestrom nimmt im Verlauf des Vorgangs ab, es fließt weniger Ladung pro Zeiteinheit in den Kondensator, da die Differenzspannung zwischen Kondensatorspannung und konstanter Eingangsspannung ebenfalls kleiner wird. Im Verlauf des Ladevorgangs ist die Summe der Spannungen in jedem der drei Stromkreise gleich Null. Mit anderen Worten, die Spannung am Kondensator plus der am Widerstand entspricht dem Absolutwert der Eingangsspannung. Während die Spannung am Kondensator mit der Zeit ansteigt, muss die am Widerstand folglich abfallen. Fällt die Eingangsspannung eines RC-Gliedes auf Null, so entlädt der Kondensator nun die in ihm gespeicherte Energie über den Widerstand. Das Ersatzschaltbild besteht aus einem geladenen Kondensator und einem dazu parallel geschalteten Widerstand. Während der Kondensator entladen wird, fällt die Spannung von ihrem ursprünglichen Wert auf Null. Der durch den Schaltkreis fließende Strom ist zu Beginn des Vorgangs maximal und die Spannung am Widerstand entspricht der am Kondensator, abgesehen vom unterschiedlichen Vorzeichen. Das ist dadurch begründet, dass der Kondensator nun als Spannungsquelle des Stromkreises fungiert. Je höher die Kapazität bzw. der Widerstand des Stromkreises, um so höher ist die Spannung nach einer festen Zeitspanne. Theoretisch dauert der Lade- bzw. Entladevorgang unendlich lange, aber in der Praxis kann nach einer gewissen Zeit keine von der Eingangsspannung bzw. von Null verschiedene Spannung mehr gemessen werden. Daher wird ein Wert, welcher der ursprünglichen Spannung dividiert durch die Euler'sche Zahl entspricht, verwendet um ein RC-Glied zu charakterisieren. Diese Zeitspanne wird als Zeitkonstante des RC-Gliedes bezeichnet und durch den griechischen Buchstaben TAU abgekürzt. Schließt man ein RC-Glied an einer Rechteckspannung an, so wird der Kondensator periodisch g bzw. entladen. Neben dem Widerstand und der Kapazität des Schaltkreises hängt die maximale Spannung am Kondensator von der Schaltfrequenz des Eingangssignales ab. Je höher die Frequenz, um so niedriger die Spitzenspannung. Die Spannung tendiert zur Hälfte der Spitzenspannung der symmetrischen Rechteckspannung am Eingang des Schaltkreises. Auch am Widerstand sinkt die Spitzenspannung mit zunehmender Frequenz, jedoch steigt die Effektivspannung, die in dem Oszillogramm durch die von der Kurve und der X-Achse begrenzte Fläche repräsentiert wird. Weiterhin ändert sich das Vorzeichen der Spannung wann immer der Kondensator g bzw. entladen wird. Untersuchen wir die Eigenschaften eines RC-Gliedes beim Anschließen an eine sinusförmige Spannung. Der Kurvenverlauf an beiden Bauteilen ist ebenfalls sinusförmig, wobei der Phasenwinkel der beiden Ausgangssignale an Widerstand bzw. Kondensator um 90 Grad verschoben ist. Der absolute Strom durch den Schaltkreis und damit der Spannungsabfall am Widerstand ist zu dem Zeitpunkt maximal, an dem die absolute Änderungsrate der Spannung am Kondensator ihren höchsten Wert besitzt. Mit steigender Frequenz sinkt die Spitzenspannung am Kondensator, während die am Widerstand steigt. Wird die Ausgangsspannung am Kondensator abgegriffen, so werden hohe Frequenzen abgeschwächt, während niedrige Frequenzen passieren können. Der Schaltkreis verhält sich dann wie ein Tiefpass. Wird die Ausgangsspannung hingegen am Widerstand abgegriffen, so werden niedrige Frequenzen abgeschwächt und hohe Frequenzen durchgelassen. In dieser Konfiguration verhält sich der Schaltkreis wie ein Hochpass. Der Frequenzbereich, welcher den Schaltkreis passieren kann, bezeichnet man als dessen Bandbreite. Mit steigendem Widerstandswert steigt die Spannung an dem Bauteil bei gleichbleibender Frequenz, während die am Kondensator fällt. Neben der Spitzenspannung variiert auch die Phase des Ausgangssignals im Vergleich zum Eingangssignal bei sich ändernder Frequenz. Der sich ergebende Winkel zwischen der Spannung am Widerstand, welcher dem fließenden Strom entspricht, und der Spannung am Eingang ist dabei immer größer als 0 und kleiner als 90 Grad. Dieser Phasenwinkel sinkt mit zunehmender Frequenz. Wird ein Hochpass an den Ausgang eines Tiefpasses angeschlossen, so werden die den Schaltkreis passierenden Frequenzen sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Eingangsfrequenzen abgeschnitten. Zu Beginn der Messung steigt das Signal am Ausgang des Hochpasses mit steigender Frequenz. Steigt die Signalstärke annähernd auf die am Ausgang des Tiefpasses, so ist damit das Maximum erreicht. Das Ausgangssignal des Hochpasses kann nicht seine Eingangsspannung, also die Ausgangsspannung des Tiefpasses übersteigen. Somit sinkt die Ausgangsspannung wieder mit sinkender Spannung am Tiefpass bei weiter zunehmender Frequenz. Nur spezifische Frequenzen passieren den Gesamtschaltkreis, weswegen dieser Bandpass genannt wird. Eine verbreitete Anwendung finden derartige Schaltkreise in der Audiosignalbearbeitung. Durch Verwendung mehrerer Bandpässe in Verbindung mit Verstärker-Schaltkreisen kann die Balance zwischen verschiedenen Frequenzen eines elektronischen Signals verändert werden. Ein Equalizer wird verwendet, um bestimmte Frequenzbänder zu verstärken bzw. abzuschwächen. Soweit mein Video zu RC-Gliedern. Danke fürs Angugge und bis bald! Anwendung dem Stamm Am